Hier präsentieren wir die 5 besten Milchaufschäumertests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Bonsenkettchen MF 8710 elektrische Milchaufschäumer. Perfektes Aufschäumen von Milch. Der elektrische Milchaufschäumer Bonsenkettchen mit Hochgeschwindigkeitsrotation besteht aus lebensmittelechtem Edelstahl. Mit diesem tragbaren Reiseführermixer können Sie in 15 bis 20 Sekunden saftigem Schaum für kugelsicheren Kaffee, Latte, Milchsake oder Smoothie, Nespresso, heiße Schokolade herstellen und mischen. Der leichte und kleine Milchaufschäumer mit ergonomischen Griff erleichtert das Aufschäumen sowie die Entwicklung zerbrechlicher Schäume. Die potable Größe ist bequem zu tragen und garantiert, dass Sie Ihren mürrischen Kaffee auf Reisen genießen können. Nummer 4. Severin SM 3590 Milchaufschäumer. Mit dem elektrischen Handmilchaufschäumer von Severin können Sie in nur wenigen Minuten samtigen Milchschaum herstellen. Der Edelstahl Schneebesen mit Impulsknopf ist eine funktionale Küchenhilfe für die geeignete Milchschaumbeschichtung vieler Kaffeespezialisten und verschiedener anderer warmer Getränke. Optimaler Griff dank der Soft-Touch-Oberfläche und des ergonomischen Stils. Der winzige Stockmilchaufschäumer kann zusätzlich in kleinen Küchenbereichen verstaut für mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Grundig MF 5260 Milchaufschäumer 400 Watt. Mit unserem eleganten Milchaufschäumer Black Line können Sie das einzigartige Zusammenspiel von Layout und hoher Qualität genießen. Es begeistert mit seinem einfachen Rührer und der Mischung aus Zubehör und der ergonomisch gestalteten Soft-Touch-Oberfläche. Rufen Sie in nur wenigen Sekunden köstliche heiße oder kühle Kaffeekreationen auf. Die spezielle Form gewährleistet ein ordentliches Aufstellen sowie eine doppelte Antihaft-Versiegelung, die das anschließende Aufräumen vereinfacht. Nummer 2. Hardin E-Eon elektrischer Milchaufschäumer 4 in 1. Es kann kühlen und auch heißen Milchschaum, erhitzte Milch und auch warme Schokoladenmilch erzeugen. Dieses Gerät bietet Ihnen zahlreiche Alternativen zum Aufschäumen und Erhitzen von Milch. Auch wenn Sie zu Hause bleiben, können Sie sich an Capucinos, Capucinos, Macchiatos, weißer und heißer Schokoladenmilch und so weiter erfreuen. Für einen optimalen Milchschaum empfehlen wir die Verwendung eines Milchfettwerbinhalts von gleich 3%. Milchschaum mit Magnetschaum bei ausgezeichneter Temperatur und Geschwindigkeit. Und die Nummer 1 unserer Liste. Hardin E-Eon Milchaufschäumer 500W elektrischer Milchschäumer. Der elektrische Milchaufschäumer erzeugt einen reichlich vorhandenen, glatten, samtigen und die samtigen Schaum. Sie können leckern Kaffee trinken, um jeden frühen Morgen zu Hause üppigen Milchkaffee, Cappuccino, heiße, köstliche Schokolade und Macchiatos zuzubereiten. Speichern Sie die Reise ins Kaffee und konsumieren Sie Ihre schaumige. Entwickelt für jeden einzelnen Milchschaum und auch für Kaffee-Liebhaber. Überweisung Vollmilchfettgehalt 3% und auch kalte, frische oder neu geöffnete Milch für viel bessere Ergebnisse. Zwei verschiedene Schneebesen zum Aufschäumen der Milch und zum Erwärmen der Milch. Schneebesen nach Ihren Wünschen auch für mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.